Also Leute, willkommen zum siebten Level, des dritten, ich bin zu doof jetzt, des dritten Levels, die siebte Abteilung. Der siebte Abteilung. Der siebten Abteilung, des dritten Levels, der vierten Kohorte, achte Legion. Dritte Zenturie. Ich hab mir da drüben schon mal erlaubt, das zu holen. Du hast schon wieder durchgespielt, oder was? Man, ich will da auch mal was machen. Ich hab da drüben nur ein Portal gesetzt. Oh. Oh, der geht aber ab, hey. Tut ja ein bisschen angry. Ja. Ah, das war der Trick. Das war der Trick. Aua. Oh, oh. Er hier. Ha, 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 hu, hu, hu. So, danke. Sehr gut, sehr gut. Tja. Tja. Ich habe diese Tests noch leichter gemacht. Sie würden nicht Tests. Okay. Jetzt sind wir hier doch schon mal sicher. Kann es sein, dass du... Nee. Warte. Guck mal. So. Jetzt komm mal mit mir. Mit mir mit hierher. Ja, ich komm mit. Bevor du aber reingehst, machst du noch den Schutz eins höher. Mach ich den Schutz eins höher. Okay. Da hatte ich jetzt aber Glück. Oh, nein. Oh, nein. Ah. So. Ah, du. Ja, der jetzt... Jetzt lassen wir uns da hoch teleportieren und wohin dann? Wir lassen uns da hoch schießen und... Ah, okay. Ha. So. Und wo kommen wir dann raus? Das weiß ich nicht. Oder wo wollen wir überhaupt hin? Ah, guck mal hier. Auf diese Rampe hier. Wo? Mach mal F. Ah, da, ja, okay. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Okay. Ja, okay. Okay. Aber wir wissen ja nicht, wo es da hingeht. Also, ich mach mal. Ja, viel Spaß. Oh, ich hab ihn mitgenommen. Oh. Da komm ich jetzt auch her. Ach, den kann ich jetzt runterschmeißen. Siehst du den zufällig? Warte, warte. Ja, ich seh ihn, ja. Pass auf, ich lass hin. Ja. Äh. Hallo? Oh. Oh. Oh, no. Also, ich komm jetzt auch, ja? Oh, ja, bitte. Aua. Gib ihm Beid, Mann. Gib ihm Beid. Gib ihm Beid. So, ach du Schein, da geht's schon wieder weiter. Aha. Gib ihm Beid. Soll ich wieder die Schilde machen? Ja. Ja, nee, du bist der Schildmaster. Ich bin der Schildmaster. Master of the Shield. Oh. Turm aktiviert, so. So. Können wir da jetzt nicht... ...gecroucht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Was machst du, was machst du? Er hat mich erwischt, das war jetzt so gut. Es war alles so gut. Ja. Puh. Tja, ich wüsste es schlecht war. Ja, wir waren einfach nicht gut. So, jetzt. So, ich glaub, das ist besser. So auf der Höhe. Ja, viel besser. Was hat das jetzt gemacht? Ah, da oben ist. Okay, 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 dann, dann, bitte, treten Sie da hier drauf. Bitte treten Sie drauf. Treten Sie drauf. Ah, okay. Äh, hallo. So. Und wo können wir rein hier? Was macht das jetzt? Ah, da fällt alles Mögliche runter. Das war jetzt... Wie komm ich jetzt rüber? Ah, warte mal, du kannst mir vielleicht da drüben irgendwo... Kannst du mir da drüben irgendwo... Ja, ich kann. Ich kann. Ja, ja, ich kann schon. Oh, mach doch da oben eins. Genau. Und jetzt. Und jetzt drück auf den Knopf. Okay, das war sehr schlecht. Okay, vielleicht nochmal. Warte, es gibt vielleicht noch was. Dann fange ich die alle. Eine andere Stelle, wo ich es machen kann. Ja, okay, okay. Okay, ich mach nochmal. Dann fangen die mal. Ich weiß zwar nicht, ob das so richtig ist, aber... Hahaha. Okay. Yay, Orange ist back. Haben die dich jetzt weggepatscht, oder was? Ja, schon ein bisschen. Also ich schieße wieder, ja? Dann nimm halt immer nur eins. Ich nehm immer nur eins. Okay. Aber ich glaube, du brauchst, oder? Ist egal, was du hast. Ich weiß nicht, ich leg's mal ab. Ja, genau. Doch, ich bräuchte nochmal... Du darfst nochmal schießen. Ich brauche in der Mitte natürlich den Viereckigen. Natürlich. Natürlich habe ich ihn nicht gefangen. Nächste Ladung kommt. Ja. Natürlich habe ich ihn wieder nicht gefangen. Nächste Ladung kommt. Das darf doch nicht wahr sein. Nächste Ladung kommt. Ja. Ja. Schaffst du das da oben nochmal ein Portal zu setzen? Ah, ja. Sehr gut. Und hier auf meiner Seite noch, danke. Jawohl, dann komme ich jetzt zu dir. So. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So, und jetzt... Ach, das war's schon. Oh. 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 Kein Problem. Ah, komm, noch der Aufzug, Aufzug. Ja, ja. Aber ich finde die Level alle ganz nett. Ja, aber es macht echt Spaß. Ja, nee, macht schon Spaß, ja. Nee, aber echt, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, du musst auf der HTC mal das andere Portal machen. Das machen wir. HTC, Virtual Reality Portal. Das ist eigentlich prädestiniert dafür. Ja, ist so. Oha. Oh, oh. Ach, jetzt kommen wieder diese Außenmissionen hier. Mhm. Wo geht's hier lang? Ich gehe mal ins Dunkel, ich gehe mal ins Dunkel alleine, ohne Fackel, weißt du? Ja, tschüss. Oh, mein Gott. Ich bin da gar nicht, da gibt's gar nichts bei mir. Und dann gibt's Tab, kann ich mir das angucken. Ja, das sieht's nix aus dem Schwarz. Ah, hier. Äh, was hier? Ich würde sagen, ich würde sagen, du schmeißt den Ball mal hier durch. Ja, probieren wir's mal. Oh. Ja, vielleicht. Oder ich nehme ihn. Nee, ja. Ja, ja, oder du nimmst ihn, ja. Du hast ihn genommen sehr gut, das war so toll. Das war super. Let's nochmal. Next try. Ah. Okay. Ah. Good. Ah. Oh je. Mhm. Das sieht schon mal. Boah, überleg mal, das jetzt hier mit der HTC Vive, hier so in... Ja, ich finde halt... Da kriegst du ja Höhenangst. Das wirkt so riesengroß, oder, mit dem Ding? Ja. Alles so realistisch, so gigantisch, ja? Was muss man denn hier machen? Online? Offline? Offline. Wo kam der Ball zurück nochmal? Irgendwo kam der Ball? Da. Ich glaube, die kommen automatisch, die Bälle, kann das sein. Ah. Oh. Ah. Oh. Ja. Ah, okay, okay, warte. Und wohl, das muss rausfallen, dann hier. Ja, okay, jetzt, jetzt nochmal. Oh. Ah, jetzt musst du es fangen. Ja. Wenn es kommt. Nee, der fällt in die falsche Richtung. Das war gar nicht so schlecht. Nee, eigentlich ist es... Hm. Ah, vielleicht, vielleicht musst du den Winkel da unten verändern. Weil du hast hier zwei Möglichkeiten, den Ball. Verstehst du? Ja. Und wieder hier oder da? Ja. Hm. Probier mal unten jetzt. Hat nix gebracht, oder? Ja, warte, noch einmal. Nee. Hat gar nix gebracht. Okay, warte. Bei dir kommt das... ...da runter. Aber jetzt haben wir noch mal hier drüben sowas, oder? Ich kann aber auch nur hier... Ich kann es aber auch da aktivieren, aber da bringt es ja gar nichts, oder? Ja. Da bringt es gar nichts. Da bringt es schon was. Eigentlich... Oder was? Nee, weil es hier nicht anhält. Nee, bringt natürlich was. Wofür ist der Knopf? Achso, den kann man gar nicht benutzen. Ich... Ich glaube, da wurde vorhin diese Brücke hier aktiviert. Okay. Äh... Und wenn du das hier rauskommst, lässt du schräg? Oh, geht das wo? Hier. Oh! Ja. Lass mich mal durch. Ja, ich lass dich mal durch. Wahrscheinlich muss man das... Guck mal, weil... ...in time... ...hier oben kommt es hier runter. Aber... ...genau, wahrscheinlich... ...wahrscheinlich musst du das... ...time ist so... ...und dann... ...warte, das fällt. Oh Gott, das... Ich glaube, wir machen das jetzt so wie vorher und dann... ...na, zwei, 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 zwei... ...weil, dass es hier reinfällt, ist, glaube ich, schon sinnvoll. Ja, ja, komm zu Papa. Ja, ich hab ihn. Ja, genau. Ja. Ja, also. Ach, das will nur interaktiv sein. Brutal, gell? Darf ich den jetzt mal da reinstecken? Steck ihn rein. Gut. Dein Ball. So. Oh, oh, ein DDR-Ossi-Stuhl. Sehr gut. Hier mit... ...ah, geil. Geil. Das kenne ich alles aus dem Erdbeben-Ministerium, ja. Auf drei. Warte, ich muss den Schull umwerfen, okay. Eins. Warte, wer geht's hier dann? Zwei. Äh. Drei. Ach, herrje. Es hört und hört nicht auf. Aha. So, ich geh mal hier zur Eins. Hier gibt's eine Eins. Da kann ich ein Portal machen. Aha. 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 Bam. Äh, wo bist du hin? Wo? Wieder zurückgefallen. Okay. Ha! Ja, ja. Okay, also irgendwie müssen wir irgendwas irgendwo irgendwie machen. Ja. Jetzt haben wir eine Brücke. Ah, okay. Du springst dann einfach. Zwei. Und wo ist die Eins auf der anderen Seite, oder was? Wahrscheinlich. Ich spring jetzt mal bei der Eins. Und dann? Testen wir dort mal. Oh, kannst du die mal deaktivieren, die Brücke? Bitte? Klar, warte. Äh. Oh, 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 oh. Äh, ja. Super. Dann bin ich auch zu Fuß hingelaufen vorher. Ja, das kann es sein, dass wir da vielleicht gleichzeitig springen und dann uns dann treffen. Naja, kann auch nicht sein, oder? Exit. Oh, äh. Ich habe noch eine Idee. Ja? Können wir das nochmal machen? Du machst nochmal die Brücke oben, bitte? Na? Okay. So, äh, und du deaktivierst die Brücke, indem du, bitte hier bei der Zwei, das Laserfeld mal so hoch machst dann. Okay. Weil dann, weißt du, vielleicht im Flug werde ich da dagegen prallen. Okay. Schauen wir mal. Learning by doing. Oh, 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 oh. Ja, okay. Okay. Alles klar? Eins, zwei, drei. Oh ja, oh Gott. Ha! Das war die andere Seite. Ah, ne. Okay, das war nichts. Okay. Ja gut, aber so schlecht war es jetzt auch. Warte mal, warte mal, ich habe eine andere Idee. Ja? Du springst nochmal durch und wenn du gesprungen bist, tue ich in deinem Sprung, das da, wo du rausgekommen bist, aktivieren, verstehst? Dass du springst und auf das Ding drauf legst, auf die Rampe drauf fällst. Kann man das? Ja. Okay, ich spring einfach. Also, das heißt, ich muss nochmal hoch, oder? Ja. Schlechte Idee. Okay. Ja, du musst mir bloß die Brücke aktivieren. Achso. Dankeschön. Okay. Der Ping. Der Ping. Also, ich bin Ich bin bereit. Warte. Ich weiß auch nicht so einfach, wie ich dachte, weil... Ja, ja. Ich, ich... Warte, warte. Ich muss ja auch noch woanders hinziehen, dann. Hm. Scheiße, ich war zu langsam, weil ich es nicht gerafft habe. Die Idee war schon gut. Die Idee war schon ganz gut. Also, nochmal. Dein Portal fehlt aber noch, wo du rauskommst. Ja gut, das kannst du von oben schießen. Genau. Aber das muss ich aber richtig reagieren, okay? Okay. Bereit? Ja. Ah! Ah! Hat funktioniert! Ah! Ah! Ja, bloß bringt es nichts. Ja, das kannst du da runter springen, oder? Nee, nicht wirklich. Ich muss... Ah, nee. Echt jetzt? Gibt es? Schade. Scheiße. Oh! Ah! Hoppla. Ups. Das war Absicht. Das war Absicht. Orange, you're dead again. You're dead again. Aber hier ist eins. Also. Und eins. Bedeutet. Hier steht zwei. Guck mal, ach so, guck mal, da hätten wir auch einfach ohne springen das gleich so machen können. Aber wir haben es halt im Flug entdeckt, ja, das auch. Auch schön gewesen, so, okay. Aber das bringt ja auch nichts. Wie kommen wir denn da rein jetzt? Ja, das ist, äh, nee. Du musst ja von irgendeiner Seite dahin kommen. Und wenn wir fliegen, irgendwie mit Geschwindigkeit, klappt ja auch nicht. Nee, das klappt auch nicht. Aber das mit dem Fallen und der Brücke, das macht schon meiner Ansicht nach schon sehr viel Sinn. Ja. Plus irgendwie, wenn wir gleichzeitig, dann könnten wir uns in der Mitte treffen und, verstehst, was ich mache? Ja, ich, ich verstehe. Wie geht das? Wie schafft man das gleichzeitig? Ich habe keinen blassen Dunst. Das wäre schon gut, na klar, gleichzeitig ist schon gut. Kannst du nochmal die Brücke bitte oben machen? Also, hier oder? Warte. Jetzt gucke ich mir das nochmal von da oben an. Kann ich hier irgendwo, hier, weiß ich nicht. Ah. Vielleicht, nee. Jetzt probiere ich mal runter zu springen, ohne dass du die deaktivierst, die Brücke. Das geht natürlich nicht, natürlich nicht. Du, wenn du jetzt ein Portal in die Eins hier reinschießen würdest und eins in die Zwei hier. Ja. Dann würdest du immer so hoch und runter fliegen, oder? Das stimmt. Ah, dann hast du mich gepuffert. Das soll ich mal machen? Ja, mach mal. Na. So, jetzt bin ich ja schon mal beschäftigt. Jetzt kannst du dir überlegen, wie wir... So, das... Beste. Das sieht bestimmt lustig aus. Ja, es sieht sehr lustig aus, ja? Okay, warte, und was machen wir jetzt? So, warte, und jetzt? Äh... Äh... Ja. So, und jetzt sind wir wieder da, wo wir davor waren. Stimmt. Aber, aber... Was? Wir können beide reinspringen in... Ähm... Ja, und dann werden wir beide oben. Richtig. Und dann schießt einer von uns sein Portal auf die Zwei. Und zwar, einer schießt hier hin und der andere muss es hier hinschießen. Verstehst du das? Ja, und dann fliegen wir von der Zwei wieder zu Eins rüber. Und kommen da aber niemals da raus. Und müssen gleichzeitig uns... Genau. Jetzt würde ich sagen, du kommst mal nach oben. Zu mir. So, du stellst dich über die Zwei. So. Wenn wir hier jetzt runterfallen... Wie, 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 wie macht man das am besten? Am besten schießt du, um das hier zu deaktivieren. Ja. Auf die Eins oder auf die Zwei, je nachdem, was ist... Also, am besten schießt du auf die Zwei. Ja, auf die Zwei. So. Und dann werden wir hoffentlich immer durch die Portale jeweils immer hochgeschleudert. Ja, und du schießt auf die Eins, wir treffen uns in der Mitte, weil es uns zusammenschlägt. Genau, und ich muss auf die... Und... Genau. So ist es. Und du musst aber... Und du schießt... Naja, jetzt deaktivieren wir erst mal. Mach mal auf der Zwei bitte das Lilane oder so. Ich trau mich nicht. Ach, komm. Also. Eins... Wir können ja noch immer noch während dem Fliegen reden. Ja. Das passiert ja nichts. Zähl bis drei. Eins. Zwei. Drei. Das war... Ja. Ja. Und dann hätten wir uns getroffen in der Mitte. Das wäre es gewesen. Und du musst auch das machen. Aber doch nicht so schnell. Doch, so schnell. Das geht schon. Also mir hat es von der Zeit her gerade gereicht. Das war jetzt machbar. Geht schon. Dir hat es gereicht. Okay, dann gehe ich auf die... Ah, da kommst du vorbei. Okay. Ja. So. Okay. Also praktisch... Ja, eins. Zwei. Drei. Ah, 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 ah. Oh, oh. Und ich habe das viel zu kompliziert erklärt. Ach du Schande. Super geil. Warum? Wir haben es doch beide gleich erklärt, oder? Am Schluss. Am Schluss, ja. Ich habe es aber auch... Ist egal. Wir haben das sehr gut gemacht. Das heißt, ja. Wir haben das brillant gemacht. Aber ich muss die Computer angucken. Aha, aha. DDR-Style. Sehr geil. Oh, was ist das hier? Watching. Was steht da? Was steht da? Remember, she is watching. To do human verification system. Aha. Wo bist du? Ich habe die Laserdisc. Ey, ich will mal die Disk reinschreiben. Okay. Ich will die Disk reinschreiben. Oh. Oh. In just a moment, the word blah will be repeated over and over again. Oh. 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 Warum werden wir immer zu spürt? 5334118. Ich mag das nicht. 5334118. Warte. 5334118. So, mal aufgeschrieben für alle Fälle. Wer weiß, ob wir das brauchen. Sieht nicht. Ich habe nie erwartet, dass du das so weit machen kannst. Ich bin ehrlich, nachdem du in der Kalibration test, habe ich bereitgestellt, um deine Kurs zu verbrechen. Und sie zurück in die Wissenschaftler, die ich aus dem. Aber du zwei bist ziemlich ein Team geworden. Extrembar nah. Ich habe nur ein Team mit einem anderen. Und ein von ihnen war ein Inbecile, den ich habe zu zerstören. Und die anderen? Okay, aber in der nächsten Folge machen wir das Level 4, Level 4, Level 4, man. Also, bis dahin, mach's gut und bam, halt. High five, drei, eins, zwei, zu weit weg, zu weit weg, ich komme, warte, ich komme. Auf der Brücke, auf der Brücke. Oh. Hahaha. Ja, also, bis zum nächsten Mal, ciao. 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 Ciao.